Was ist eine externe Kammerdrainage? Eine externe ventrikuläre Drainage ist ein medizinisches Gerät, das Cerebrospinalflüssigkeit aus dem Gehirn in einen Beutel außerhalb des Körpers leiten kann. Die Schwerkraft und der Druck im Kopf helfen normalerweise dabei, die cerebrospinale Flüssigkeit abzulassen, die sich aufgrund von Verletzungen, Infektionen, Operationen oder anderen Erkrankungen ansammeln kann. Zellen im Gehirn produzieren diese Flüssigkeit und füllen Hohlräume, die als Ventrikel bezeichnet werden, sowie den Raum um das Rückenmark. Die Flüssigkeit wird normalerweise zur gleichen Zeit, typischerweise im gleichen Tempo, ins Blut aufgenommen. Ein Abfluss wird normalerweise eingeführt, wenn sich zu viel aufbaut und Druck erzeugt. Er kann dort verbleiben, bis die cerebrospinale Flüssigkeit mit normalen Raten hergestellt und absorbiert ist. Die Flüssigkeit um das Gehirn und das Rückenmark kann als Polster wirken und enthält auch Nährstoffe, die von den Nervenzellen aufgenommen werden. Wenn zu viel produziert wird, kann sich Druck im Schädel aufbauen. Dies kann extrem schmerzhaft sein und das Gehirn und das Rückenmark schädigen. Eine externe ventrikuläre Drainage kann überschüssige cerebrospinale Flüssigkeit sowie die mit Blut infizierte oder vermischte abfließen lassen. Dabei wird häufig der Hirndruck entlastet, was das Auftreten schwerwiegenderer Gesundheitszustände verhindern kann. Teile, die mit einer externen Kammerdrainage verbunden sind, umfassen typischerweise ein Drainagesystem und einen Beutel. Ein flexibler Schlauch bildet typischerweise die Vorrichtung, die durch den Knochen des Schädels und in einen Ventrikel eingeführt wird. Es gibt vier Ventrikel im Gehirn, in die das Gerät eingesetzt werden kann. Die Drainage wird normalerweise engmaschig überwacht, um den austretenden Flüssigkeitsstand zu bestimmen. Eine externe ventrikuläre Drainage erfordert normalerweise eine ständige Anpassung, wenn sich das Druckniveau ändert. Chirurgische Eingriffe wie eine Ventrikulostomie sind manchmal mit einer externen ventrikulären Drainage verbunden, wenn ein Weg zwischen den Ventrikeln geschaffen wird, wenn eine Blockade vorliegt. Der Drain kann nach einer Verletzung platziert werden, die eine Schwellung des Gehirns verursacht, wenn ein Schand infiziert wird oder eine Operation zur Entfernung eines Tumors erforderlich ist. Bei einer Infektion kann der Abfluss für bis zu 10 Tage erforderlich sein. Es bleibt jedoch in der Regel an Ort und Stelle, bis der Druck nachlässt und die Ärzte feststellen, dass die Produktion von Liquor cerebrospinalis normal ist. Ein Patient mit einer externen ventrikulären Drainage muss im Allgemeinen im Bett liegen und sich in einer bestimmten Position befinden, damit die cerebrospinale Flüssigkeit ordnungsgemäß abfließen kann. Manchmal muss die medizinische Ausrüstung angepasst werden, aber es kann für eine andere Person als eine Krankenschwester oder einen Arzt sehr gefährlich sein, daran zu manipulieren. Der Umzug eines Patienten sollte in der Regel mithilfe einer Krankenschwester erfolgen.